Heeren? Ne, ein Heer, eine... Ach so, Hunde. Oh! Ey, ey, warte mal. Äh, Transfer. Die nehm ich mit. Gamla Outfit. Nehm ich vielleicht... Vielleicht ist es mal... Impro-Pistole ist im Pack. Äh, was ist hier mit dem... Fleisch vom... Mischlingshund. Kräuter Schlüssel. Schau mal nochmal bei... Inventar. Hm. Waffen. Ich seh nichts. Da. Ähm. Ah, Skill Tabelle. Skill Tabelle. Okay. Äh, das ist für die Stärke. Alles, äh... Charisma. Nächster rein. Okay. Ähm. Gut, dann... wüsste ich die mal kurz aus. Zwölf Schuss. Insgesamt 25 Kugeln. Keine Ahnung wie die ist. Sieht aber mal interessant aus. Sieht irgendwie aus wie aus Holz. Ähm. Rocket. Diese Tankstelle. Wow. Hi. Hey Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Eigentümer. Dir geht es gut. Du bist ein Streuner. Eigentümer. Hast du keine Herrchen mehr, Kumpel? Okay. Lass uns zusammenbleiben. Awww. Hey. Hier drüben. Wie geil. Nee. Handeln. So. Cool. Das ist ja cool. Na gut. Gehen wir kurz in die Tanke. Und. Ähm. Startbildschirm hat man hier eigentlich so. Einen. Ähm. Roboter gesehen. Den man ja. Anziehen konnte. Und hat etwas gefunden. Was denn? Was? Toast. Und hat. Oh scheiße. Nicht gut. Entschuldigung. 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 Das wollte ich gar nicht. Red Rocket Terminal. Kann ich da was machen? Okay. Geschäftliche Einträge selbst aus dem 4 Oktober. los. Oh. Was soll das nicht geschlossen? Was soll das jetzt sein? O. Ich bin nicht gehnelt. Ich bin nicht... Ok, ok, ok. Ähm. E Vai hier. Ich bin nicht gehnelt. Ey, ey, ey. Man seid ihr hässlich, seid so hässlich. Rattenleder, Kronkorken, nehm mir alles mal mit. Stange Zigaretten, na guck mal hab ich die auch gut verkauft. Vorkriegsgeld. Was ist das? Ich konnte kostenbar... Oh, geht das an den Dings. Ähm, ne. Creme. Gut, mehr scheint hier nicht zu sein, schade schade. Ähm... Dann gehen wir weiter. Erstmal wieder auf die Straße. Hier rüber. So. Acht Schuss mit der noch. Okay. Blutkäfer. Jungster. Jungster? Jungtier. Oh man, man, man. Bleib stehen. Sehr gut. So. Nur noch vier Schuss mit dieser schönen Waffe. So. Hast du was gefunden? So. Mal gucken, können wir hier rein? Was hat da? Oh, ich bin versteckt. Kronkorkenvorrat. 18 Stück. Jep. Zuckerbomben. Und die sollen ja schön, äh, mit viel Zucker sein. Also man soll danach keine, keinen Zucker mehr brauchen am Tag. Oh, das ist ja so. 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 Dann gehen wir hier raus. So. 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 Jetzt mal schauen, ob hier noch welche rumlungern. Aber wie können die das denn überlebt haben? Was ist das? Hört sich ja fast nach so Schüssen an. Hört sich verdammt nach Schüssen an. Oh. Ach, äh, ist die, sind die nett oder nicht? Raider. Oh, scheiße. Scheiße, die Waffe ist alt. Äh, 10 mm. Okay, dann gehen wir schnell hier rüber. Äh, bündern die aus. So. Oh, halt, oh. Okay. Ist da hinten auch noch einer oder sieht das nur so aus? Ich glaube, ich muss nur hier ran. Ich lad mal lieber nach. Oh, aber schießt in B. Was ist mit dem Schein? Was ist mit dem Schein? Ja, lass mich grad mal noch ein bisschen... Oh, Leute. Die Ausblinden. So, jetzt kann ich helfen. Oh, ne. Museum der Freiheit. Boah, draußen schneit es schon und so langsam wird es hier auch kalt. Ähm, ich ziehe mir grad hier andere Kleidung an. Harnisch. So. Gibt, äh, vier und zwei. Drei und zehn. Lass mir so die Waffen. Nein, 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 nein. Waffen. Hier, was haben wir denn? Okay, nichts weiter. Wo muss ich denn hin? Ah, da mal. Das brauche ich auch. Zigaretten kann man auch mal mitnehmen. Kommt, du schloss. Das ist zu schwer. Endlich. Ah, hier kann ich her. Oder auch nicht. Hey, mein Freund, ich komm hier nicht vorbei. Ja, wo soll ich denn jetzt hin, wenn ich dann nicht vorbeikomm? Ja, hallo, du Held. Lass mich mal rein. Äh. Oh. Oh, okay. Oh.